Moin! Yo! Sechste Spendenversteigerungsvideo der Trio Spendenaktion und hier in der sechsten Aktion geht diesmal ein Kershaw Skyline über den Tisch. Ich werde euch mal ein Video zum Skyline und zwar genau von diesem Modell in die Videobeschreibung packen. Das habe ich nämlich vorgestellt, da findet ihr dann viele Informationen zu dem Messer bei Interesse. Checkt ihr das mal aus. Ebenso checkt ihr die Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt, mal aus mit dem Miro und dem Andi. Wuppe ich nämlich diese Trio Spendenaktion, die vom 19. bis zum 25. Februar stattfindet. Auch deren Kanäle findet ihr als Link in der Videobeschreibung und alle relevanten Infos, wie das genau abläuft mit den einzelnen Spendenaktionen, wie lange die dauern, wie das mit den Geboten funktioniert. All das findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt die einfach mal aus. Ja, das ist ein sehr, sehr cooler Stachel von Kershaw. Laut Natten Fancy, ein absoluter EDC-Homerun ist, was die Flipper-Action angeht. Das habt ihr ja gerade schon gesehen. Nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Funktioniert trotzdem ganz gut, wenn man sich ein bisschen an diesen Flipper gewöhnt hat. Hat eine sehr, sehr taugliche Klinge dieses Modell. Ja, wie gesagt, auf die technischen Daten gehe ich gar nicht weiter ein. Wer Interesse hat, der checkt mein Video dazu mal aus. Ja, wer mitbieten möchte, der gibt sein Gebot bitte an meinen angepinnten und vorgefertigten Versteigerungskommentar ab. Das ist dann halt Versteigerung 6, Kershaw, Skyline. Und hängt dann sein Gebot einfach als Antwort mit ran an diesen Kommentar. Und ja, die Spendenaktion hier wird dann wieder 24 Stunden laufen bis morgen um 20 Uhr. Dann endet sie automatisch und der mit dem Höchstgebot bekommt automatisch den Zuschlag. Wird dann von mir angeschrieben. Bitte denkt dran, dass zum Höchstgebot automatisch noch 5 Euro DHL-Paketversand innerhalb Deutschlands dazukommen. Biete ich aus dem Ausland mit. Dann erhöht sich das Porto dementsprechend. Jo, das bitte im Hinterkopf behalten. Sehr, sehr cooler Stachel. Vielen Dank für diese Spende. Vielen Dank an euch für euer Interesse, fürs Mitbieten. Jo, und ich verbleibe wie immer mit Bleibt Gesund. Peace. Ich bin raus. Jo, und ich bin raus.